Was sind das für Lügen? Das ist eine gute Frage. Wer schreibt diesen Dreck? Schön, in diesen schweren Zeiten einen Freund Mirabeaus zu sehen. Wer gibt diese Propaganda heraus? Weiß nicht. Würde denen aber gerne an die Gurgel gehen. Vielleicht findet ihr sie. Mal sehen, was ich tun kann. Du, bleib stehen! Kannst du glauben, dass Mirabeaus... Alter, weil er stundenlang da an seiner Kacke rumeiern muss. Scheiße! Ich halte lieber die Augen offen. Sebastian schlägt ihn jetzt um. Jetzt habe ich dich! Ich renne es, don't you? Doch, nein, du bist auch mit dir hier. Ah! Ah! Hallo, was du nicht so gut über die Kacke rufen hast. Hallo? Vergesst ihn gerade, hm? Weg damit. Oh, Mann! 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 Fuck! Hey, du! Kann ich irgendwas für euch tun? Ja, du! Ich hab dich beim Mars gesehen! Du hast nicht die Jungen beruht! Oh, du mordlusterner Bert! Los dem Weg! Ah! Oh, Mann! Das ist das Nächste. Es gibt eine Funktion, die sie rausgenommen haben. In Teil 4, wenn da jemand einen Scharfschutz auf dich gezielt hat. Können wir den eigentlich durch die Wand töten? Nein. Dann konnte man B drücken auf der Wii U. Und dann wurde der Gegner, der vor dir steht, quasi als menschlicher Schild benutzt. Und wurde anstelle von dem Spieler erschossen. Diese Mechanik haben sie rausgenommen und ich verstehe nicht warum. Das war so ziemlich die beste Mechanik, die es gab. Aber generell mag ich Teil 4 sehr. Man sieht ja auch gerade, passend dafür habe ich ja auch gerade die Sachen von Edward Kenway an, dem Assassin aus Teil 4. Könnte ich jetzt bitte. Danke. Und abgeschlossen, oder? Finden. Jo. Erstmal kommt mit dran vorbei. Ich wäre jetzt durch halb Frankreich gerannt. Ich meine Paris. Durch halb Paris. Das passiert mir so oft, dass ich anstatt Paris Frankreich sage und anstatt Frankreich sage ich Paris. Ich weiß, das ist total dumm. Was ist die nächste Schlagseile? Aufgedeckt. Mirabeaus Kind mit der Königin. Ha! Perfekt. Druck das. Wie viele Exemplare hättet ihr... Hä, Mirabeaus Kind mit der Königin? Mirabeaus Kind hat mit der Königin nächtliche Aktivitäten gemacht? Oder was ist gemeint? Oh, na gut. In Brand setzen ist natürlich auch eine Methode zu sabotieren. Why not? Und damit gleich zur nächsten Mission die gleich hier drüben ist. Oh, wieder die Templer. Ich kann nicht abwehren. Wenn ein NPC zwischen dir und Gegner steht, kann man nicht angreifen und auch nicht abwehren. Ist das nicht eine geile Mechanik? Weil im Spiel kannst du keine NPCs angreifen, also keine Zivilisten angreifen. Und wenn einer dazwischen steht, kannst du nicht angreifen. Ein Bekannter von mir, Denis Molinier, beschäftigt sich mit Alchemie. Ich vermute, dass er in Besitz des anderen Teils des fehlenden Mechanismus ist. Ich rate euch, zu seinem Haus auf der Ile Saint-Louis zu gehen und es zu stehlen. Ja, stehlen! Warum spricht man eigentlich das S nicht mit, wenn man I-S am Ende schreibt? Das ist zum Beispiel bei Louis. Warum sagt man dann Louis? Warum schreibt man das S dann mit? Das ist generell eine Sache, die mich bei der französischen Sprache ein bisschen triggert. Man schreibt so viele Buchstaben, aber man spricht so viele überhaupt gar nicht mit. Warum schreibt man sie denn überhaupt, wenn man sie gar nicht spricht? Hat das irgendwie einen Grund oder? Ich verstehe es nicht. Weißt du, wenn man das nicht spricht, warum sollte man es dann schreiben? Der steht. Das glaube ich, wie im Spanischen. Da sprichst du glaube ich auch jeden Buchstaben, der steht. Ich will mich jetzt nicht über die Sprache beschweren. Ich mag die französische Sprache. Sie hört sich sehr schön an. Vor allem finde ich es cool, wenn Damen einen französischen Akzent haben. Also, wenn deutschsprachige Frauen oder Damen einen französischen Akzent haben, hört sich das cool an. Wenn englischsprachige Frauen jedoch einen russischen Akzent haben, hört sich das auch unglaublich cool an. Ich habe da ein Video gesehen von einer YouTuberin, die anscheinend irgendwie eine Version von Bitch Lasagne gemacht hat. Von PewDiePie Song. Und darauf hat PewDiePie reagiert. Und sie hat auf die Reaktion von PewDiePie reagiert. Da hört man halt sie, wie sie eng schrillt mit einem russischen Akzent. Das hört sich unglaublich genial an. So, wo ist denn das Haus jetzt hier? Das Gebiet ist ziemlich groß. Ich bin kein Fan davon, das Gebiet so groß ist. Ich bin wirklich kein Fan. Alter, ist das doof gemacht. Jetzt kann ich hier durch die Kante laufen und kann dieses dämliche Haus von ihm suchen oder was? Alter, tausend Ecken, an denen man hängen bleibt. Oh, und dann diese Stellen. Oh mein Gott, ich hasse diese Stellen. Alter, renn doch gerade aus. Ihr müsst wissen, er kann nicht auf dem Tisch stehen, wie man gerade sieht, oder auf Stühlen. Er stellt sich drauf und hüpft wieder runter. Und wenn er dann quasi in seine Endlosschleife gefangen ist, hüpft er immer auf Tisch, auf Stuhl, auf Tisch, auf Stuhl, auf Tisch, auf Stuhl und springt dann immer wieder runter. Toll, genau, da wollte ich nicht rein. Alter, was ist denn das für ein Scheiß-Dreck? Da kommt man wie war das? fixt mich zum Teufel. Ich glaube nicht. vor allem wir haben die nicht mitbekommen. Ich habe das Haus gefunden. Ich habe das Haus mitbekommen. Alles klar, das nehme ich mir mal. Dankeschön. Achso, die Truhe noch finden. zack. Yo, die können durchs Fenster springen. Ungelogen, das sehe ich zum ersten Mal. Und ich spiele dieses Spiel jetzt schon seit einer Weile. Oben. Ja, Arno, genau das solltest du nicht machen, du Idiot. Meine Güte. Rein da, bitte. Rein da, in das Fenster. In da, nein. Ich habe Flashbacks an eine andere Folge. Templer. Oh, definitiv Templer. und gib her. Ich merke gerade, dass wir keine Hintergrundmusik haben. Metall muss Teil des Mechanismus sein, von dem Mademoiselle Lennormand gesprochen hat. Und das komplettiert den Mechanismus. Soviel zu den Templern. Jo. Ich finde den Ausgang nicht. Schiri, ich finde den Ausgang nicht. Ich höre aufzusehen, keine Sorge, ich kann das nämlich nicht. nur Mad sprechen. Hä? Ach, hier ist die Tür geschlossen. Das war einfach nur schwarz. Ich habe gedacht, die Tür wäre offen, da ist einfach nur Schatten. Der einzige Schatten fühlt sich anscheinend immer im Gehirn. Hier. Nein, das sieht mich nicht. Das wäre mich fürs Geld. Dankeschön. Ist nicht viel. Ja, es waren nur 100. waren nur 100 französische Einheiten. Wie viele Leute habe ich jetzt damit getriggert, dass ich gesagt habe, französische Einheiten? Ich hoffe eine Menge. Wie viele französische Einheiten geben wir hier raus? Noch mal 100 französische Einheiten. Oh, mein Gott. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich nur Spaß mache und euch triggern will. Ist aber echt schön grünes Wasser. Da drin würde ich auch baden. diese Ecke. Nehmen wir aus dem Weg hier, bitte. Ah, okay, sie greift mit denen. Hä, aber mich auch? Was? Warum? Was habe ich denn getan? Okay, die spawnen einfach. Äh, ja, kann ich jetzt so nichts gegen sagen. Akzeptiere ich einfach, wie es ist. Okay. Alter, diese Laufwege manchmal, ne? Mal durch hier, bitte, danke. eigentlich wollte ich die anderen auch noch umlegen. Hat ja mal wieder nicht geklappt. Warte, die haben Munition. Er hatte drei. drei. Das ist akzeptabel. Er steht vor allem mit dem Rücken zu mir und sieht, dass ich ihn umlege. Na gut, vielleicht hat er es gehört. Vielleicht unterschätze ich hier gerade die KI. Passiert. jetzt kommt das Geld aber nicht mehr so schnell. Also hier verdient man nicht so gut. Ein Totteltäubchen. Zwei Totteltäubchen meine ich. Oh, in dieser Gasse spielen wir auch schön. der zweite Teil des Apparats. Ihr habt die nötigen Elemente. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid, den letzten Schritt zu wagen. Eigentlich bin ich ja jetzt schon bereit, aber die Zeit ist abgelaufen und von daher bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.